Ja, warum ist die ÖBB auf der Ferienmesse? Es ist die größte Publikumsmesse, der Auftakt des Jahres und natürlich wollen wir von Seiten der ÖBB für unsere Kunden, für unsere Gäste da sein. Wir haben wichtige Themen, wir haben Kampagnen-Start, wir haben die wunderbaren Sparschiene-Themen und ÖBB Night Chat und da ist die Ferienmesse der perfekte Ort, um das unseren Gästen, unseren Kunden der ÖBB näher zu bringen. Danke an die Ferienmesse, wir sind gerne hier von Seiten der ÖBB.